Jetzt werde ich das Mantra zitieren, das Mantra des Buddha Amitaios. Ist es ein Mantra, das uns bewirkt, dass wir ein langes Leben führen können? Wenn wir lange leben können, dann ist das etwas Gutes. Aber es ist natürlich am besten, wenn wir lange leben dürfen und gleich auch gesund sind. Wenn wir gesund leben können, dann ist das etwas Gutes. Damit wir gesund und lange leben können, bedarf es, dass wir Wertschätzung entwickeln. Wenn wir Wertschätzung gegenüber uns selbst und auch Selbstvertrauen besitzen. Wenn wir uns und anderen Wertschätzung können und auch Respekt gegenüber uns und anderen Wesen empfinden können, dann hat es eine sehr gute Auswirkung auf uns selbst und auf andere und auch auf unsere Gesundheit. Dadurch werden wir im Stande werden, anderen zu helfen. Und wenn wir eine derartige Geisteshaltung haben, dann ist es doch sehr gut, wenn wir lange leben können. Okay, um 5, track 5, das wir singen von meinem CD. So, so many of you bought my CD, from the Buddha Williamson, the number 5. So, I will sing again. Okay? So, I will sing again. Amen. 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 Amen.